Mit dem Text Selbstbestimmung eines großen Linguisten-Kindes. Für die Frau bin ich der Mann, für das Kind bin ich der Vater, für die Eltern bin ich das Kind. Für die Muttersprachler bin ich der Deutsche, für die Nicht-Muttersprachler bin ich der Brite, für die Nachbarn bin ich der Neue, für die Wessis bin ich der Zoni, für die Ossis bin ich der Bundi, für die Freunde bin ich der Alte, für die Schüler bin ich der Lehrer, für die Lehrer bin ich der Schüler, für die Mitschüler bin ich der Anekdotenaufwärmer, für die Mitschülerinnen bin ich der Vergangenheitsverdränger, für die Gefühlsverdränger bin ich der Konfliktheiler, für die Heilungsforscher bin ich die Irrtumswahrscheinlichkeit, für die Irrenden bin ich der Hellseher, für die Hellseher bin ich der Schwarzmaler, für die Schwarzmaler bin ich der Blauäugige, für die Blauäugigen bin ich der Systemgefährder, für die Systemkritiker bin ich der Staatsdiener, für die Staatsdiener bin ich der Bürger, für die Bürger bin ich der Unbürgerliche, für die Unbürgerlichen bin ich der Bourgeois, für die Bourgeoisen bin ich der Genossen, für die Genossen bin ich der Konservativen, für die Konservativen bin ich der Zweifler, für die Zweifler bin ich der Verzweifelte, für die Verzweifelten bin ich der Gläubige, für die Gläubigen bin ich der Blinden, für die Blinden bin ich der Lahme, für die Lahmen bin ich der Sprinter, für die Sprinte bin ich der Flaneur, für die Flaneure bin ich der Venedigtourist, für die unter den Brücken Gondelnden bin ich der Auf-den-Brücken-Steher, für die unter den Brücken Wohnenden bin ich der Nicht-Schrenger, für die Nicht-Depressiven bin ich der Gesunde, für das Gesundheitssystem bin ich der Beitragszahler, für die Solidargemeinschaft bin ich der Risikofaktor, für die Risikofaktoren-Analyse bin ich die Unbekannte, für die Unbekannten bin ich der Prominente, für die Öffentlichkeit bin ich der Verborgene, für die Belauscher bin ich das offene Buch, für die Bücher bin ich der Leser, für die Leser bin ich der Autor, für die Verlage bin ich das Zuschussgeschäft, für die Geschäftsleute bin ich der Kindlichgebliebene, für das Kind bin ich der Vater, für die Frau bin ich der Mann und für mich bin ich das Selbst nicht geworden.